Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sind alle besetzt, aber Sie bezahlen weiterhin 2 Franken pro Minute. Geht's eigentlich noch? Genau das möchte ich. Mitteilung. Brocker, Max, sofort zurückrufen. Wir fliegen morgen in die Ferien. Auch wir haben Tickets immer noch nicht bekommen. Und ich sage Ihnen eines, wenn wir morgen fliegen, fliegt ihr ins Reisebüro. In die Luft! Katrin, du kannst doch nicht eine Lehre in den Koffer an die Ferien mitnehmen. Sicher schon. So, sobald wir dort sind, sitze ich dran und schicke mich wieder zurück. Cargo Domicil. Du musst nicht taubeln, Babs. Oder gehst du noch mit deinen Eltern in die Ferien? Siehst du? Ich auch nicht. Ich würde lieber als Bon Jovi-Konzert monatabend. 10'000 Leute im Hallen-Stadion. Und ich schicke in Sardinien. Am Pool, auf einem Liegestuhl mit einem Glas in der Hand. In dem Club gibt's einen Karaoke-Abend. Könntest du vielleicht als Bon Jovi? Genau. Und ich bin meine Vorgruppe. Als Kelly-Family. Bobs, können wir die Tickets nicht jemandem schenken? Weisst du, jemandem, der Ferien nötiger hat als mir. Du meinst zum Beispiel andere Familien, die dringend wieder mal ein bisschen miteinander unternehmen sollen? Ja. Weil ich in letzter Zeit jede Saison der Zügel fährt. Weil die Tochter da unten im Ausgang ist und muss drei Stunden machen, dass es klüpft und tätscht. Drucker! Ah, für dich. Salut, Eliane. Besteu. Ich dachte, du machenst keine Ferien. Sichergeber. Morgen Morgen. Morgen Abend. Oh, das wäre ja. Das ist lieb, dass du mich gedacht hast. Ich muss dir zurückliegen. Ciao. Was ist? Du musst arbeiten? Nein. Sicher nicht. Also, nicht direkt. Weisst du, morgen Abend... Sind wir in Zardinien? Am Pool. Wovon liegest du? Mit einem Glas in der Hand. Weisst du, der Giorgio Armani zeigt morgen Abend im Kongressus. Das ist deine neueste Kollektion. Und dann ist es total wichtig, dass jemand von der Boutique dabei ist. Eliane. Ja, aber die ist mit ihrem neuesten Liebhaber auf dem Malediven. Last minute. Ist dir die Mode schon wichtig als unsere Familienferien? Dann hast du bei deinem Liebhaber im Fall auch last minute. Und dann komme ich doch gerne mit. An einem Pool, auf einem Liegestuhl, so. Drucker! Ja? 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 Nein! Was ist? Nicht in Zardinien. Das Reisenbüro ist kein Kurs. Fickens gibt es ja keine. Und das Geld zurück auch nicht. Oh, Jemini. So schade. Aber so schnell gibt Max Brocker nicht auf. So schade. Vielen Dank.